So, moin moin und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Ich werde auch gar nicht viel reden, ich möchte euch nur folgende Sachen zeigen. Im Hintergrund seht ihr die brandneue Garage in HD von World of Tanks Blitz und ihr werdet neben dem 252U auch natürlich in HD die brandneue Castilian Maps sehen, die schöner aussieht als je zuvor. Viel Spaß mit einem sehr sehr kurzen Video. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020